Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der S1 der S-Bahn Mittelelbe nach Wittenberge. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Magdeburg-Neustadt. Sie haben Anschluss an die RB36 nach Wolfsburg Hauptbahnhof über Magdeburg-Eichenweiler um 15.31 Uhr von Gleis 1. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit der S-Bahn Mittelelbe. Auf Wiedersehen. Nächste Station Magdeburg-Neustadt Ausstieg in Fahrtrichtung links Ausstieg Untertitelung Herzlich Willkommen in der S1 der S-Bahn Mittelelbe nach Mittenberge.